hallo liebe mitaschene zu einem neuen dark souls 3 tipp video und diesmal geht es um aufleveln und charakterwerte also ein thema das eher anfänger angeht dark souls veteranen werden hier jetzt nicht allzu viel neues lernen aber vielleicht liegt eure letzte souls erfahrung schon eine weile zurück habt ihr vielleicht ein paar sachen vergessen zur auffrischung ist es vielleicht ganz praktisch um aufleveln zu können müsst ihr erstmal hierher kommen in den feuerband schreien das ist euer hub eure basis im spiel das werdet ihr recht bald erreichen dann müsst ihr von erschlagenen gegnern oder aus items heraus seelen gefunden haben das sieht man hier unten diese 3308 die ich habe und dann sprecht ihr diesen npc an und wählt im dialogmenü den punkt aufsteigen um im level aufzusteigen man bezahlt in dark souls 3 wie auch schon in den vorherigen souls spielen mit den seelen die level aufstiege und jedes mal wenn ich einen dieser attribute hier wenn ich es um einen wert erhöhe steige ich im level auf wenn ich mir zum beispiel 1 auf vitalität geht bin ich jetzt level 9 level 10 11 level 12 so funktioniert das und jeder level aufstieg kostet eben seelen das heißt man kann sich dann nur begrenzt viele kaufen ich würde vorschlagen ich gehe jetzt mal die ganzen attribute von oben bis unten durch und erkläre euch was die so bringen und wir fangen an mit der vitalität denn die macht gleich das wichtigste sie erhöht eure trefferpunkte und das ist natürlich nie verkehrt viele gegner im spiel schlagen richtig schwer zu und da hilft es natürlich mehr leben zu haben das werde natürlich mit einem einzelnen treffer aus den latschen gehoben außerdem steigert dieses vitalität auch die frost resistenz der nächste wert ist die zaubereien das möchte man meinen das richtet sich nur an zauberer aber weit gefehlt denn dadurch steigt die fp die blaue leiste an die wird zwar auch für zaubersprüche benutzt wird aber auch für die waffen kunst benutzt und das geht also dann alle charaktere an zauberer sollten aber auch trotzdem hier rein investieren denn ihr seht jetzt hier wenn ich das auf 14 15 punkte erhöhe dann habe ich jetzt hier einen weiteren zaubereis lot bekommen sieht man unten rechts das heißt um mehr zauber sprüche tragen zu können muss dieser wert erhöht werden als dritter im bunde der drei leisten ist die kondition und das ist dann für die grüne ausdauer leiste zuständig wenn man das erhöht habe ich also mehr ausdauer und ausdauer brauche ich für so gut wie jede aktion im spiel für das ausweich rollen fürs blocken fürs zuschlagen wenn die leer ist steht man erst mal vor dem gegner muss warten bis sich die leiste wieder erholt hat und in der regel bedeutet das sehr schmerzhafte angriffe die man einstecken muss oder im zweifel den tod es hilft also das hier zu erhöhen übrigens wenn man das erhöht wird der widerstand gegen blitz und blutung erhöht als nächsten wert kommt die belastbarkeit und das ist jetzt für alle charaktere interessant die sich dick einpacken also die schwere rüstung tragen oder schwere waffen tragen denn ab einem gewissen punkt ist man so schwer beladen dass man sich nicht mehr schnell bewegen kann und das ist bei 70 prozent beladung mit der belastbarkeit wenn man das nach oben erhöht dann kann man dem entgegenwirken und auch noch mit schwerer ausrüstung schnell und flink bleiben aber das richtet sich wie gesagt nur an die charaktere die eben schwere rüstungen anziehen stoffträger und assassinen und sowas für die ist das eher von sekundärer interesse als nächstes kommt die stärke dazu die ist natürlich für alle waffen gut die mit stärke skalieren also eher hämmer und schwerter also eher nicht so filigrane sachen ihr seht wenn ich das hier erhöhe dann steigert das natürlich den waffenschaden außerdem ist auch die angriffskraft und die feuerresistenz dann gibt es geschicklichkeit ist für alle waffen gedacht die natürlich etwas geschickter zu führen sind also irgendwelche dolche oder meistens auch viele fernkampf waffen werden mit geschicklichkeit skalieren möchte ich das erhöhe steigere ich natürlich den schaden von solchen waffen außerdem ist es gut um neue bereiche zu erkunden denn es reduziert den fall schaden also jeder der einen dieb oder ninja spielen will sollte hier ein bisschen investieren dann kann man auch gefahrloser durch die gegen kraxeln und außerdem ist wirklich die wirkungsdauer von zaubersprüchen dadurch reduziert das heißt es ist für magier auch noch mal interessant auf jeden fall interessant für zauberer ist aber der wert intelligenz denn der steigert den schaden von zaubersprüchen das heißt das solltet ihr hier erhöhen außerdem werden einige pyromanie sprüche dadurch auch besser und das gleiche ist beim glauben nur dass das die wirksamkeit von wundern steigert das heißt kleriker sollten hier in den glauben investieren außerdem ist glaube auch für einige pyromanie sprüche notwendig pyroman müssen also intelligenz und glaube steigern zu guter letzt kommt der wert glück und das ist für anfänger jetzt erstmal nix denn glück beeinflusst wie oft aus erschlagenen gegnern items rauskommen das sind sachen da könnt ihr am anfang getrost drauf pfeifen und versucht lieber mal diese levels in vitalität zum beispiel oder in andere werte zu bringen das ist dann eher für erfahrenere spieler gedacht oder wenn man gezielt sachen farmen möchte außerdem gibt es im späteren spielverlauf noch gegenstände die mit glück zu tun haben aber anfänger können damit gar nicht so wirklich was anfangen jetzt hatte ich eben schon den fachausdruck verwendet die waffe skaliert das fragt ihr bestimmt was meint der damit das zeige ich euch auch noch kurz ihr seht hier in meinem inventar diese handachs und hier gibt es jetzt einen bereich attributs bonus hier ist so ein bizeps und so eine hand und d und d was bedeutet das das ist diese waffen skalierung das heißt diese dieser bizeps ist das symbol für stärke und die geschicklichkeit ist hier diese hand sie die auch hier stärke geschicklichkeit und das d bedeutet dass das mit diesen attributen skaliert das heißt wenn ihr stärke und geschicklichkeit erhöht steigt auch der schaden mit dieser waffe die bedeutet dass es das nicht besonders gut macht waffen die besser sind da steht dann c b oder am besten halt a und dann habt ihr das meiste davon wenn ihr ein solches attribut erhöht das heißt bevor ihr da in stärke oder geschicklichkeit oder intelligenz oder sonst irgendwas investiert seht ihr auch hier ist intelligenz und glaube bevor ihr die nach oben treibt schaut mal kurz was das mit eurer waffe macht ob die dann wirklich mehr schaden hat und achtet da genau drauf ja das war es soweit von diesem kleinen tutorial ich hoffe ihr habt einige fragen dadurch beantwortet bekommen wünsche euch viel spaß mit dark souls 3 und preiselt die sonne